We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ihr Lieben, wir haben ein Geschenk für euch. A Christmas Gift. Yes, a Christmas present for you, which is 10% ihr Lieben. Wir möchten euch 10% auf die nächsten Mind Explosion Retreats geben. And why are we here in Egypt? Because the energy is, you cannot describe it by words. You have to feel it, you have to live it. Und wir möchten euch dieses Geschenk geben, weil wir einfach immer wieder erleben, was nicht nur Ägypten, sondern natürlich das ganze Retreat, 5 Tage lang Coaching mit den Menschen macht. Und es ist nun mal Weihnachtszeit, it's Christmas time, it's time to give something back, I think. So, 5 Tage Coaching, ihr Lieben, mit Diving. Yoga, yeah, und Coaching mit den Pferden und Wüstencoaching, Desert. So, ihr Lieben, 5 intensive Tage und vielleicht kennt ihr jemanden, für den das ganz, ganz wichtig wäre gerade, dann erzählt ihm das. Oder perhaps for themselves. Yes, definitely. Ihr Lieben, we are looking forward. See you. Bis dann. Tschüss.